Hey, hallo allerseits, ich bin Fando und ich spiele Gems of War. Das Königreich Sulcari zeichnet sich dadurch aus, dass es dicht bewaldet ist. Und diese tiefen, dunklen Wälder sind ein Sammelplatz für alle Arten von Spinnen. Und vor kurzem haben die Spinnen eine riesige Beute gemacht. Ein unfassbar großes, wildes Tier ist durch die Netze gegangen und irgendwann stecken geblieben. Und die Spinnen erfreuen sich daran, fressen sich dadurch, durch diese Kreatur. Und das pusht sie so sehr, dass sie 10% auf ihre Fähigkeiten erhalten. Und außerdem noch die Elfen, die dort auch teilweise zu Hause sind, die erhalten auch 10 auf ihre Fähigkeiten. Sulcari ist also das Königreich, was besonders in dieser Woche stark ist. Die neue Einheit, die ins Spiel gekommen ist, ist dann natürlich eine Einheit, die aus Sulcari kommt. Und zwar der Arachneanischer Beobachte. Mein Gott, ich werde dich beobachten. Oha. Na gut, dann wollen wir nochmal gucken, ob er bei seinen Beobachtungen auch tatsächlich gut ist. Was kann der denn? Der erhält 33 Leben. Hm, verstärkt durch eingewobene Feinde. Gib allen anderen Verbündeten ein Viertel ihres Manas. Also letztendlich ist er sowas wie ein Manasammler, der sich selbst mit Leben verstärkt. Hm, na wollen wir mal gucken, was seine Eigenschaften sind. Webe ein, wenn du Schädelschaden verursacht. Aha, der muss also Schädelschaden verursachen, damit er einwebt. Und dann kriegt er halt durch eingeworbene Feinde verstärkt Leben. Die Verstärkungsrate 6, also für jeden Feind maximal 4 Feinde. Insgesamt also 24 mehr an Leben dazu. Demzufolge reduziert er auch den Schädelschaden um 40%. Das ist also eine Blocker-Einheit. Und er ist noch von dunkler Abstammung, also immun gegen verschiedene Sachen, wie ihr hier lest. Ja, ist es eine wertvolle Figur oder nicht? Ich finde, am Anfang des Spiels, wenn man noch nicht viele Figuren hat, kann man den durchaus einsetzen als Blocker. Er ist ein Elf und ein Ritter. An Position 1 also muss man ihn stellen. Er webt dann ein. Einweben heißt ja, dass die Magie auf 0 quasi gesetzt wird bei den Feinden. Sie also kaum noch Zaubersprüche mit Magie ausführen können, weil sie keinen Sinn mehr machen. Ja, ansonsten wird sein Leben stärker. Je nachdem natürlich, was ihr für einen Magiewert habt. Ich habe 32 und wenn ich dann 33 Leben erhalte, heißt es also, der Magiewert, den ihr hier seht, plus 1. Das ist wohl das, was ihr an Leben dazu kriegt. Plus die Verstärkungsrate. Also ich denke, eine Figur, die man später sicherlich nicht einsetzen wird. Ein Viertel des Manas ist vielleicht ganz interessant, wenn man mit hohen Figuren, also mythischen Figuren spielt. Die vielleicht, was weiß ich, 24 Mana brauchen oder so. Dann ist ein Viertel ja immerhin schon mehr als bei einer Figur, die nur 10 Mana braucht. Aber ob es das wert ist, wenn man diese großen Figuren hat, dann wird man bestimmt nicht mehr mit dem arachnianischen Beobachter spielen. Also ich denke, eine Figur, wie gesagt, am Anfang des Spiels für Anfänger vielleicht ganz gut, später bestimmt nicht mehr so wichtig. Nichtsdestotrotz kaufe ich ihn natürlich wie immer. Ich muss jetzt hier 41 Kopien dieser Einheit kaufen. Das mache ich gerne. Ich habe genügend Ruhm einfach auch zur Vervollständigung der Sammlung und damit das Königreich auch immer mehr Kreaturen bekommt, sodass ich im Level aufsteigen kann. Also wer genügend Ruhm hat, der sollte sich sowas immer leisten. Aber das hat ja nicht jeder. Von daher in dieser Woche bei dieser Figur ist es nicht unbedingt nötig, denke ich. Na gut, man kriegt auch noch Schädelsteine dazu, geheime Schädelsteine. Sehr gut. Ruhmschlüssel ein paar, also nehme ich gerne. Und wo ich schon dabei bin, vergesse ich auch die Kriegsbeute nicht. 10 pro Woche, also Maximum nehme ich mit. Und dann habe ich das durch. Gehen wir doch mal gleich in die Sulcari-Einheiten. Also wenn man Eventschlüssel ausgeben will, dann kommen nur Einheiten, die in Sulcari zu Hause sind. Für eine Woche lang. Ihr findet dort keine anderen Einheiten, nicht die neue mythische, keine andere mythische Figuren. Nur Einheiten aus Sulcari. Und da wollen wir mal gucken, was ihr da erhalten könnt. Also Sulcari, Basisseltenheit. Und dann schauen wir mal. Alle Anzeigen. Die mythische Figur, die dort zu Hause ist, ist natürlich der Arachnäische Weber. Und der ist einfach super gut. Das ist eine sehr gute, eine sehr wichtige Einheit. Die wird auch sehr gerne in der Defensive genommen bei den Gildenkriegen im Verbund mit Leben und Tod zum Beispiel und der Kugelweberklasse. Aber auch so im Angriff ist das eine ziemlich gute Figur. Denn was er kann, er webt alle Feinde ein. Und das ist schon mal sehr stark. Damit ist er eine meiner oder sagen wir mal die erste Wahl dafür, wenn ich sehe, ein Feind will hauptsächlich Schaden machen durch Magie und nicht mit Schädel, dann kann der die halt total ausbremsen, indem er sie halt einwebt. Außerdem fügt er den letzten zwei Feinden auch noch Waren Schaden zu. Und wenn dann ein Feind stirbt, lasst 15 Edelsteine explodieren. Und das ist sehr stark. Das ist quasi das gesamte Spielfeld. Man sammelt dann auch sehr, sehr viel Mana. Muss halt nur darauf achten, dass ein Feind stirbt. Aber in der Regel ist das so, wenn man zweimal Waren Schaden macht auf die, dann passiert das eigentlich. Natürlich, dass man dann schon das gesamte Spielfeld explodieren lässt, man sehr viel Mana sammelt und vielleicht sogar noch gleich ein drittes Mal dran ist. Also der Arachnage Weber ist sehr stark. Außerdem hat er eine 75%ige Chance, einen Netzspinner zu beschwören, wenn ein Feind stirbt. Das ist durchaus manchmal der Fall. Und wenn man selbst schon mal Verluste hatte, vielleicht sogar an Position 1, dass dort ein Netzspinner dann erscheint, ist mal richtig gut. Weil der Netzspinner ja dreifachen Schädelscharn auch immer macht und ganz, ganz viel Schädelscharn. Also wenn der dann nachbeschworen wird an Position 1, das ist richtig stark. Außerdem ist er auch noch heimlich, was auch gut ist und unempfindlich. Also Arachnage Weber eine der Topfiguren. Wenn ihr ihn noch nicht habt, gebt hier ein paar Eventschlüssel aus und dann drücke ich euch die Daumen, dass ihr auch den Arachnage Weber bekommt. Ansonsten gibt es hier eben auch diesen eben schon angesprochenen Netzspinner, der einfach nicht nur allen feinen Schaden zufügt und dann auch grüne Edelsteine erzeugt. Das ist eigentlich gar nicht das Hauptding. Das Hauptding ist, webe ein, wenn du Schädelschaden verursacht und vor allen Dingen verursache bei vergifteten und eingewobenen Feinden. Das macht er ja dann selbst. Dreifachen Schädelschaden. Und zwar funktioniert das Einweben vor dem Schädelschaden. Faktisch heißt das, dass er quasi immer dreifachen Schädelschaden zufügt. Es sei denn, die Einheit ist immun gegen Einweben oder sämtliche Statuseffekte. Dann haben wir hier noch drin Malkandessa, eine bemächtigte Figur. Startet den Kampf also mit vollem Mana und sie verwandelt gelb in grün. Kann man sehr gut gebrauchen, recht wichtig. Am Anfang des Spiels ist Tyri noch eine interessante Figur, aber die kommt glaube ich durch eine Questreihe sowieso. Ja und dann lässt es langsam nach. So viel Spannendes ist es dann auch nicht mehr, was hier drin ist. Ja, also ein Königreich, was sehr gute Einheiten hat, aber auch jetzt nicht so viel spannende Einheiten. Aber wie gesagt, wenn ihr den Arachnäischen Weber habt, ist gut, dann braucht ihr eigentlich nichts dafür ausgeben. Wenn ihr den nicht habt, solltet ihr Eventschlüssel ausgeben. Im Gildenevent ist diesmal Turm der Verdammnis angesagt. Was ein bisschen komisch ist, weil das war ja gerade für drei Wochen. Das liegt einfach daran, dass sich gerade die Events ein wenig verschieben. Morgen wird glaube ich ein Stream gezeigt, oder ist das heute Abend noch? Oder heute in der Nacht wird ein Stream gezeigt, was uns demnächst in diesem Spiel erwartet. Denn es gibt eine neue Version, nämlich 5.0. Und da passieren ein paar Änderungen. Wir haben zum Beispiel so etwas wie einen Kampagnenmodus, der über, ich glaube wohl drei Monate läuft. Man versucht dort Artefakte zu bekommen. Also ein neuer Spielmodus wird quasi eingeführt. Ein paar Sachen werden überarbeitet. Also es geschehen jetzt einige Veränderungen. Und im Zuge dieser Veränderung werden halt einige Events neu geordnet, beziehungsweise nach hinten verschoben und so weiter. Also kommt gerade etwas durcheinander. Deswegen haben wir jetzt wieder Turm der Verdammnis. In dem Fall ist es lila. Wenn man in dem Shop einkaufen geht, dann wird man an der vierten Stelle die Waffe dazu finden, die neu ins Spiel kommt. Das solltet ihr sicher machen. Die Waffe ist natürlich eine Verdammniswaffe. Wir sind ja im Turm der Verdammnis. Und eine der Verdammniswaffen, die man nicht so unbedingt braucht. Füge einem Feind 33 schweren Spritzschaden zu. Das ist schon okay. Plus vier pro Verhärtungslevel, was letztendlich Level der Waffe bedeutet. Betäube alle lilanen Feinde und reinige alle lilanen Verbündeten. Das bedeutet leider, dass man nicht nur selbst mit lilanen spielen sollte, sondern dass auch die feine lila sein sollten. Und damit ist die Verwendung dieser Waffe schon sehr stark eingeschränkt. Dann lass noch vier Edelsteine explodieren. Naja, also eine Waffe, die ich mir nicht vorstellen kann, groß einzusetzen. Aber man weiß ja nie, vielleicht wird daran nochmal was verändert oder so. Auf jeden Fall kaufen. Ja, und dann den Turm der Verdammnis spielen. Bei den Kämpfen sollte man sich überlegen, wie dann das Team aussieht natürlich. Man darf nur lilane Einheiten verwenden. Da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten natürlich. Gucken wir uns mal an, in der Basisseltenheit, was es überhaupt für mythische Einheiten da gibt. Ich habe jetzt den Weber natürlich zur Verfügung. Besessener König passt super gut rein. Wilde Königin ist natürlich auch erste Wahl. Graue König ist auch cool. Also ihr seht schon, da gibt es sehr, sehr viele Teams, die ihr da zusammenstellen könnt. Und selbst wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr ein Schädelschaden-Team entwickeln. Da ist der Erlenvater drin, den man gut verwenden kann. Ispala ist drin. Glaceon, sogar Hüter der Seelen, Knochendrache. Also man kann unheimlich viele Teams zusammenbauen. Wenn ihr unbedingt einen lilanen und einen blauen Sturm haben wollt, dann könnte man auch Lyrasa empfehlen. Sie beschwört einen Sturm des Wahnsinns. Was bedeutet lila und blau? Das kann ganz interessant sein und ist vielleicht auch passend zu diesem Event. Nimmu erzeugt Schädel. Segma erzeugt Schädel. Also das sind alles Figuren Teuflischer König, die ihr wunderbar verwenden könnt. Gut, dann stelle ich mal relativ schnell ein Team zusammen. Fang am besten an mit der Waffe. Und das bietet sich natürlich, wenn ihr Schädelschalen machen wollt, an mit der Waffe Mank zu spielen. Die hat ja fast jeder, weil sie relativ früh im Spiel zur Verfügung steht. Also Mank ist die Waffe, die an Position 1 gesetzt wird. Und dann kommen eben die Einheiten, die alle Schädel erzeugen. Und da kann man sehr gut suchen nach, will ich mal kurz zeigen, verwandle. Huch, Zauber-Effekt. Verwandle Edelsteine. Hier. Am besten noch sortieren nach Basis-Seltenheit. Und dann seht ihr alle die Figuren, die halt eine Farbe in eine andere Farbe umwandeln. Und noch eine Farbe in Schädel. Und da könnt ihr zusammenstellen, fast wie ihr wollt. Es sollte nur farblich natürlich passen. Gut, ich werde mal ein Team zusammenstellen. Gucken wir uns mal Segma an. Segma verwandelt Blau in Schädel und Braun in Gelb. Also nehmen wir die mal ins Team. Die spiele ich sehr selten. Nehme ich die mal mit rein. Also Braun in Gelb. Wer verwandelt dann Gelb und kann die gut gebrauchen? Das wäre zum Beispiel hier der Ehrenvater. Der verwandelt Gelb wiederum in Schädel und Rot in Lila. Das wäre also eine Möglichkeit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr zum Beispiel Hüter der Seelen hier hinten noch reinnehmen. Der verwandelt eine beliebige Farbe in Schädel. Also eine sehr gute Figur ist nur nicht so leicht zu spielen, weil es gibt viele, die einfach Braun und Lila verwenden, wie zum Beispiel Glaceon und so. Und deswegen verwende ich den nicht allzu häufig, aber das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Wenn ihr sagt, nee, ich will von Anfang an schneller voll werden, nehmt einfach den Leprechaun mit rein. Das wäre eine Möglichkeit, um schnell Mana zu bekommen. Ja, der verwandelt natürlich keine Edelsteine. Das muss ich da rausnehmen. Also der Leprechaun. Sammelt den noch. Also das wäre zum Beispiel ein Team. Damit werdet ihr sehr schnell voll. Als erstes müsst ihr immer die Waffe sprechen und danach könnt ihr die beiden sprechen. Je nachdem, wie die Edelsteine liegen und wie die Farben verteilt sind, achtet immer darauf, dass ihr möglichst einen Vierer bekommt. Also entweder Blau in Schädel gibt einen Vierer oder Braun in Gelb gibt einen Vierer. Sobald einer dieser beiden Punkte Vierer oder mehr Edelsteine ergibt, solltet ihr das machen. Eine andere Variante, ich gehe mal wieder zurück. Zu Basis-Seltenheit und Zauber-Effekt, verwandle Edelsteine, wäre die göttliche Ischbala reinzunehmen. Die passt auch ganz gut mit dem Erlenvater. Sie verwandelt Rot in Schädel und Grün in Gelb. Und der wiederum macht ja Gelb in Schädel. Das Einzige Rot in Lila ist nicht günstig für Ischbala, deswegen sollte sie da zuerst gesprochen werden. Also da habt ihr, wie gesagt, ein wenig Auswahl, das so aufzubauen, wie ihr es gerne hättet. Man könnte auch hier Hüter der Seelen reintun. Das ist auch ein sehr schönes Team. Also gerade mit Schädelscharen kann man hier wunderbar arbeiten. Passt gut. Von der Klasse her, wenn ihr die schützen wollt, die erste Position, bietet sich Titan oder es bietet sich auch Wächter an. Wenn ihr mal was anderes wollt und einen lilanen Sturm ausprobieren wollt und Schädelscharen macht, dann bietet sich sogar die Attentäterklasse an. Nämlich wenn man Schädel macht, hat man 10% Chance, den letzten Feind zu ermorden. Das bietet sich mal an. Da hat man nämlich auch hier einen Dunkelsturm, einen lilanen Sturm von Anfang an drin. Man könnte sogar einen blauen Sturm erzeugen, wenn man wollte. Passt in dem Fall vielleicht nicht. Und man kann sich selbst heimlich machen. Also Attentäter ist vielleicht mal eine Klasse, wenn ihr die noch leveln wollt, die ihr damit ganz gut spielen könnt. Wäre mal so ein kleiner Tipp von mir. Das ist eine Klasse, die oftmals nicht sehr entwickelt ist, aber die ist nicht schlecht. Die könnte man jetzt zum Beispiel pushen. Also werde ich mal das hier reinstellen. Habe ich die jetzt richtig eingestellt? Moment, muss ich nochmal gucken. Zeichen des Jägers, was die Schädel nochmal stärker macht, wäre eine Möglichkeit. Ist sehr gut. Gefriere einen zufälligen Feind, wenn ein Feind stirbt. Erscheint mir da das Beste. Seelenrufer, wenn man noch ein bisschen Seelen sammeln will, kriegt man immerhin eine in jedem Zug. Oder man beschwört nach. Oder man sammelt ein bisschen Gold. Ich würde mal Seelenrufer einstellen. Ja, das ist doch ein Team, von dem ich glaube, dass es ganz vernünftig ist. Und das Banner sollte dann sein Lila mit, ja muss man mal gucken, ob man vielleicht Mang verstärken will. Minus Blau, das könnte man zum Beispiel nehmen. Und schon haben wir ein vernünftiges Team zusammen. Wenn ihr noch andere Teams da haben wollt, oder nicht sicher seid, ob das Team gut ist, ich biete euch gerne an, stellt mal euer Team zusammen und schickt es mir als Team-Code. Und dann kann ich dazu was sagen. Und ich habe vor, am Dienstag, also morgen, auf dem Nachmittag oder späten Nachmittag, frühen Abend sowas, so einen kurzen Stream zu machen, vielleicht sowas wie eine Stunde, über den Turm der Verdammnis und mit welchen Einheiten man ihn spielen kann. Und dann könnte ich da eure vorgeschlagenen Teams mir angucken, vielleicht mal spielen oder was dazu sagen. Und euch auch noch zwei, drei andere Teams zeigen. Also denkt dran, morgen Abend vielleicht, wenn ihr wollt, schickt mir gerne eure Teams zu und dann kann ich dazu auch was sagen. Ansonsten biete ich euch dann morgen noch das ein oder andere Team, wenn ihr dazu Fragen habt. Ihr müsst natürlich einen Kommentar hinterlassen. Das geht nicht anders, also nehmt Kontakt zu mir auf, hinterlasst einen Kommentar, schreibt rein, was ihr so spielt. Oder wenn ihr Fragen habt, was ihr spielen sollt oder manche Figur nicht habt und nicht weiter wisst. Gut, dann gehen wir raus aus dem Turm der Verdammnis. Wie das funktioniert, will ich jetzt nicht erklären. Das ist, glaube ich, soweit klar. Dann gehen wir in die Seelenschmiede. Jetzt wird's spannend. Gucken wir uns als erstes mal an, was es da für Waffen gibt. Es gibt den dunklen Stab. Das klingt ja schon mal ziemlich cool. Allerdings ist der nicht besonders cool. Er fügt einem Feind eben 32 Schaden zu und verursacht doppelten Schaden, wenn ein Finstersturm herrscht und erschaffe einen Finstersturm. Na, das war's dann aber auch. Also würde ich nicht kaufen. 75 Diamanten ist nicht viel. Wenn ihr eure Sammlung vervollständigen wollt und ihr habt die Diamanten übrig, warum nicht? Aber eigentlich ist das nicht so besonders. Dann habt ihr Dunkelschuss. Füge einem Feind 30 Schaden zu und erschaffe 5 lilane Edelsteine, verstärkt durch eingewobene Feinde. Das ist eine Waffe, die, wie soll ich sagen, die situationsbedingt ganz sinnvoll sein kann. Ich kann euch gar nicht empfehlen, die links liegen zu lassen, sondern die muss man sich zumindest mal angucken. Jede Waffe, die Edelsteine erzeugt, in einer bestimmten Farbe, kann wertvoll sein. Wenn man also gerade ein Team hat, wo man lilane Edelsteine braucht und auch mit Einweben spielt, dann ist diese Waffe durchaus interessant, weil sie viel lilanes Mana gibt. Natürlich muss man auch sehen, wie viele andere Waffen es gibt. Und wenn man jetzt sowas hat wie der Bergzermalmer, der sammelt ja auch viel Mana und da wird auch lila beiseiten. Es ist immer so eine Frage, was dann besser ist. Aber das ist auf jeden Fall eine Alternative, die zumindest interessant ist. 300 Diamanten finde ich trotzdem ziemlich viel. Ich kaufe eben nicht gerne Waffen für so viele Diamanten, weil ich denke, solange man noch die ein oder andere mythische Figur braucht, ist das vielleicht wichtiger. Aber will ich zumindest sagen, Dunkelschuss ist nicht schlecht, eben weil sie lilanes Mana erzeugt. Oder Edelsteine. Tränke der Verdammnis. Gib allen Verbündeten 29 Leben. Damit ist es eine Verdammniswaffe, die eben Leben gibt und unbrauchbar. Braucht man nicht, könnt ihr getrost links liegen lassen, zumal ihr 900 Diamanten sicherlich nicht dafür ausgeben wollt, einfach mehr Leben zu haben. Also lasse ich das mal links liegen. Bockhammer der Verdammnis kann man ja gerade kaufen. Im Gildenevent. Also auch nicht kaufen. Und dann haben wir hier noch das Buch der Brombeeren für 300 Diamanten. Das Buch der Brombeeren ist für Elfen interessant. Wenn man also mit einem Elfenteam spielt, dann ist das die typische Mischwaffe dafür. Sie erschafft grüne und lilane Edelsteine. Wenn man vier Elfen hat, insgesamt 24. Das wird dann in irgendeiner Mischung auf dem Board plötzlich erscheinen. Also 24 grüne und oder lilane Edelsteine. Und dann fügt sie noch Schaden zu, eben verstärkt durch die Verbündeten Elfen. Mal 6 heißt also, 24 kann noch dazukommen, wenn man mit vier Elfen spielt. Naja, wer sie craften will, tut euch keinen Zwang an. Braucht man vielleicht auch nicht unbedingt. Wenn dann ja situationsbedingt. Wenn man mit Elfen spielen will, ich würde es nicht unbedingt empfehlen. Und dann schauen wir uns die Einheiten an. Wenn man bei den blauen Beschwörungssteinen guckt, dann sieht man, dass der Tiefenbohrer da drin ist. Der ist ganz sinnvoll, wenn man mit Tina zusammenspielen will und den noch nicht hat. Das wäre eine Möglichkeit. Ansonsten habe ich hier noch bei den braunen Beschwörungssteinen den... Ne, bei dem war es nicht. Moment. Bei den lilanen Beschwörungssteinen. Genau, den Fuchsgeist gesehen. Wer den nicht hat, das wäre auch eine Möglichkeit, diese Figur zu bekommen. Aber generell empfehle ich das eigentlich nicht, diese Beschwörungssteine auszugeben, weil das sind alles Kreaturen, die man sowieso irgendwann im Spiel kommt. Nur wenn man sehr ungeduldig ist und eine spezielle haben will, dann macht das Sinn. Okay, was gibt es denn? Hydra ist eine legendäre Figur, Waldwächter auch, obwohl die sehr gut ist, würde ich es trotzdem nicht empfehlen, die zu kaufen. Jodna. Jodna Sturmschild. Jodna ist eine sehr spezielle Figur. Ich habe sie noch nicht. Ich überlege mir, Jodna zu kaufen. Einfach wegen der Sammlung und weil ich den cool finde. Aber leider kann man ihn kaum einsetzen. Denn füge einem Feind 32, in meinem Fall 32, Waren Schaden zu, verstärkt durch Verbündete mit Barriere und Verbündete Riesen. Für die Barriere sorgt er selber. Gib einem zufälligen Verbündeten eine Barriere bei Vierer oder Fünfer Kombination. Also, wenn jetzt die Verbündeten Barriere haben, sagen wir mal, alle vier haben eine Barriere, dann kommen 4 mal 7, 28 Schaden dazu. Außerdem noch, vier Verbündete Riesen, nochmal sind schon 56 Schaden. Und wenn man dann sieht, 88 Schaden fügt er in meinem Fall dazu, und zwar Waren Schaden. Dann ist der schon ziemlich cool, zumal er ja, wie gesagt, auch die Verbündeten mit einer Barriere ausstattet. Also, das ist schon eine coole Einheit. Allerdings wirklich nur für Riesen. Und das macht ihn so, ja, wie soll ich sagen, unwertvoll. Denn leider kann man ihn sonst eigentlich überhaupt nicht einsetzen, weil dann der Schaden weniger wird und so. Mit Riesen macht es am meisten Sinn. Ohne Riesen ist das einfach nicht so besonders. Von daher ist Jotna nicht die erste Wahl, wenn es ums Craften geht. Aber wenn man ein Team mit Riesen spielen will und da passt die Titan-Klasse natürlich super zu. Dann passt er da hervorragend rein. Dann haben wir Scorpius. Scorpius ist die Einheit, die es einem erlaubt, sehr schnell auf Level 12 Erkundungen zu spielen. Und zwar in dem Königreich Oskar. Denn, was er macht ist, hier wollte ich erst mal zeigen, füge den letzten zwei Feinden 45 Schaden zu. Okay, das klingt nicht so gut, aber der Schaden ist bei vergifteten Feinden tödlich. Das heißt, man spielt ihn mit einer Einheit zusammen, die vergiftet, zum Beispiel Eurali. Und wenn dann die letzten beiden vergiftet sind, dann sind sie einfach sofort tot. Und das hat man jetzt immer in Oskar gespielt, bei Level 12 Erkundungen. Das ist dann ganz einfach. Das Problem ist jetzt, dass demnächst Einheiten da kommen werden, die immun gegen vergiftet sind. Und wenn dann Einheiten drin sind, in so einem Gegnerteam, die immun gegen vergiftet sind, funktioniert das Ganze nicht mehr richtig, vor allen Dingen nicht mehr so schnell. Das heißt, der wird deswegen an Wert verlieren, ja, wenngleich er natürlich eine interessante Figur ist, wegen eben des Tötens, sobald die vergiftet sind. Alle braunen Verbündeten erhalten 1 auf alle Werte am Anfang jedes Zuges. Klingt immer gut, sowas ist im Endeffekt nicht gut, weil wenn man 10 Züge braucht, macht man was verkehrt. Man spielt so schnell inzwischen, die Teams sind so gut, die man machen kann, dass man eigentlich entweder in 2, 3 Runden verliert, weil der Gegner lupt ohne Ende und man nicht mehr ankommt. Oder man selbst so viel Schaden macht, dass der Gegner hinüber ist. Von daher sind diese Eigenschaften nicht so stark, wie sie klingen. Unempfindlich und giftig, verursache Vergiftung, wenn dein Angriff trifft, naja, vorher sollten die vergiftet sein. Also Scorpius ist eine interessante Einheit, eine Einheit, die zu einem Meta-Team quasi gehört, aber eben nicht mehr lange. Jetzt ist es schwer für mich zu empfehlen, den unbedingt zu kaufen. Dann haben wir Skadi. Skadi ist so Mittelklasse, nicht besonders stark, aber was sie interessant macht, ist ihre dritte Eigenschaft, erschaffe am Anfang jedes Zuges einen Eissturm. Das macht sie interessant, wenn gleich es durch Lyrasa, die ich schon erwähnt habe, ja auch möglich ist, einen blauen und einen lilanen Sturm halt gleichzeitig, aber immerhin auch einen blauen Sturm zu machen. Mir gefällt Skadi, glaube ich, ich habe sie noch nicht, ich würde sie jetzt wahrscheinlich holen, einfach um das zu testen, wie das ist, am Anfang jedes Zuges einen Eissturm zu haben. Da kann man halt ganz gut kontern, wenn man zum Beispiel einen roten Sturm, so wie Sonnensperr, gegen sich hat bei den Feinden, dann schafft man es dadurch trotzdem immer einen blauen Sturm zu haben. Also so Kontermechanismen finde ich ganz spannend. Also Skadi ist okay, sicherlich nicht die beste. Sie gefriert und verursacht Mana Brand bei den ersten beiden Feinden, verstärkt durch die Magie, macht also dadurch einiges an Schaden und schubst sie nach hinten und beschwört Königin Marb. Und das Beschwören von Königin Marb ist nicht so schlecht, denn Königin Marb ist eine gute Figur. Also kann Skadi ganz schön eklig werden, wenn sie immer Königin Marb nachbeschwört. Aber Skadi muss auch voll werden. Immerhin hat sie nur 20 Mana. Also die ist durchaus interessant. Immunen gehen gefroren und erhält eine Magie, wenn ein Verbündeter ein Zauber wirkt. Ja, also ich glaube, die werde ich mir holen, aber sie zählten nicht zu den Top 10. Natürlich, das muss man ganz klar sagen. Wen würde ich bisher empfehlen? Hm, schwierig. Glaceon ist eine super gute Einheit, allerdings legendär und das will ich ja jetzt hier nicht groß bewerten. Und Sykorax. Sykorax ist ja eine mythische Figur, die letzten Monat ins Spiel gebracht wurde. Ziemlich gut. Eine Figur, die sehr, sehr viel Mana erschafft und dadurch ganz viel loopt. Sie verdoppelt nämlich die Anzahl der Edelsteine einer gewählten Farbe auf dem Spielfeld und erschafft danach drei weitere Edelsteine in dieser Farbe. Das kennt man von den Trollen, nur da ist es schon eine spezielle Farbe. Und hier darf man sich die Farbe auswählen. Das macht Sykorax so stark. Alle Verbündeten in dieser Farbe erhalten 28 Leben. Wenn man Sykorax dann also noch mit Einheiten spielt, die eben durch Leben zum Beispiel mehr Schaden machen, dann pusht man die damit. Man hat drei, vier, fünf Züge hintereinander. Die Einheit kriegt sehr viel Leben, wie zum Beispiel Yao Guai könnte das sein oder Ketras der Bulle könnte das sein. Und wenn sie dann ihren Zauber sprechen, sind die Gegner alle platt, so ungefähr. Also Sykorax, wenn ihr den nicht bekommen habt, ist durchaus eine sehr interessante Einheit. Zählt sie zu den Top 5? Nein. Aber ist auf jeden Fall oberes Mittelfeld, würde ich sagen. Unempfindlich, drei Leben am Anfang jedes Zuges ist nicht so wichtig. Und alle Verbündete Elementare halten am Anfang meines Zuges ein. Attacke und Rüstung, ja, ist auch nicht allzu wichtig. Ja, aber Sykorax, 25 ist ein wenig viel für diese Einheit, finde ich. Das ist vielleicht der kleine negative Effekt. Ansonsten ist Sykorax eine gute Figur, die man durchaus überlegen sollte, ob man sich die nicht craftet. Ja, also viele Figuren, die eigentlich interessant sind. Also ich würde, glaube ich, als beste Figur davon sagen, Sykorax oder Scorpius, je nachdem, was ihr wollt. Die beiden sind durchaus gut. Skadi kommt dann wahrscheinlich und dann leider Jotna als letztes, weil der einfach so eingeschränkt ist mit seiner Verwendbarkeit, dass er eben nur im Riesenteam zu verwenden ist. Ja, da ich ja ein paar Diamanten übrig habe, muss ich mir echt überlegen, ob ich mir... Diese drei fehlen mir und die sind alle drei jetzt und ich habe so 8000 etwas drüber Diamanten. Und mir echt überlegen, Skadi werde ich mir bestimmt holen, aber wen von den beiden ich noch dazu nehme. Hey, das ist ja schwierig. Na, mal gucken. Spannend, die Seelenschmiede diesmal. Aber keine absolute Topfigur. Dann kommen wir mal zu den Events, die wir haben. Wir haben am Dienstag Angriff aufs Territorium und das Territorium für diesen Dienstag lautet Armani Trucks. Gucken wir uns also Armani Trucks an. Es ist ein Territorium, was eine der wichtigsten Einheiten im Spiel besitzt, nämlich den König Goblin Trüffel. Ne, Gob Trüffel heißt er, so. König Gob Trüffel. Den sollte man kaufen und kann man kaufen, wenn man bei den Portalen einfach ein paar von diesen Chaos Schermen ausgibt und dann könnte es sein, dass der König Gob Trüffel fällt. Wenn man den nicht hat, sollte man den hier versuchen zu bekommen. Der ist extrem wichtig und am besten zwei davon, wenn es dann geht. Das ist ein Territorium, was man sogar mit den Einheiten des Territoriums spielen kann, ohne Tränke auszugeben. Ich gucke mal, was ich als letztes gespielt habe. Genau, das wäre zum Beispiel, womit ich es geschafft habe. Wenn man nur die Einheiten des Territoriums verwenden will, dann nimmt man an Position 1 den Pilzmann und dann dreimal den König Gob Trüffel, wenn man den dann hat. Und so kann man da durchkommen. Man braucht natürlich, das wisst ihr ja sicherlich, einen eher hohen Schatzhaufen. Bei mir war der 155. Und dann kann man das aber ganz gut schaffen. Also man braucht viel Glück, wie immer. Es kann sein, dass man da eine Woche dran sitzt. Jeden Tag hat man ja drei Infiltrationen. Also wenn man Pech hat, wird man erstmal ein paar vergeigen. Aber irgendwann schafft man das auch mit so einem Team. Wenn ihr nicht mit den Einheiten des Territoriums spielen wollt, dann muss ich mal kurz gucken, was sich da anbietet. Also man kann nur grüne und braune Einheiten nehmen. Und damit ist es schon wieder ziemlich klar, der Hochkönig Eisenbauch kommt in Frage. Das ist die beste Figur. Wenn ihr diese, also die beste Figur für die Dervs, also für die Unterwelt, für die Fraktionen da in der Unterwelt. Also den packt man meistens an Positionen zwei oder drei und sorgt dafür, dass er schnell voll wird, indem man den Bergzahnmalmer an Positionen einsetzt und dann zum Beispiel die Apothekerin noch mit ins Boot holt. Die kann nämlich nicht nur braune Edelsteine erzeugen, und zwar eine Mana-Farbe komplett verwandeln in Braun, was super gut ist. Das solltet ihr immer so machen, dass ihr euch eine Mana-Farbe aussucht, die dann ein Vierer erzeugt, wenn sie in Braunen verwandelt. Die würde ich dann also an zweite Position setzen. Die reinigt auch noch alle Verbündeten, auch äußerst günstig. Also die an Position zwei Bergzahnmalmer, Apothekerin und an Position drei den Hochkönig Eisenbauch. Und was ihr dann an Position vier stellen wollt, bleibt ein bisschen euch überlassen. Ich nutze sehr, sehr gerne den besessenen König. Durch das Explodieren der zwei zufälligen Edelsteine bei Vier- oder Mehrkombinationen ist der extrem wertvoll. Aber man kann, ich weiß gar nicht von den Farben, kann man das Glutmaul verwenden. Das Glutmaul kann man auch verwenden. Das wäre auch super. Die beiden schaffen es, wenn man Figuren beim Gegner drin hat, die immun gegen Verschlingen sind, dass die ihm doch verschlingbar werden. Und deswegen setzt man sie gerne an Position vier noch mit rein. Okay, am Mittwoch haben wir Haustier-Event. Jetzt muss ich das schnell noch aufrufen. Haustier-Event, da kommt das Haustier von Zulkari ins Spiel. Ja, sind acht Kämpfe, machen gut ist. Dann haben wir noch ein paar Besonderheiten dieser Woche. Die Klassenprüfung, aber auch noch Extra-Events. Bevor ich aber jetzt hier weitermache, will ich noch kurz euch bitten, dass ihr einen Daumen hoch vergebt, also dieses Video liked, weil mir das sehr hilft, mich weiterempfehlt, vielleicht sogar den Kanal abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Je mehr Abonnenten, desto besser, desto mehr Content kann ich bieten. Also nicht vergessen, meinen Kanal zu unterstützen, wenn es geht. Würde mich sehr freuen. Also kommen wir zur Klassenprüfung. Die ist deswegen interessant, weil es diesmal um den Kugelweber geht. Und der Kugelweber, gehe ich mal kurz zurück, und in die Klasse Kugelweber. Der Kugelweber ist nämlich eine sehr gute Klasse. Die Eigenschaften sind, erhalte ein Leben für den grünen Verbündeten egal. Immun gegen Mana, Brandmanna, ziemlich egal. Aber das hier, 35% Chance, eine Riesenspinne zu beschwören, wenn ich Schaden erleide. Das kann sehr, sehr nervig werden. Wer kennt nicht das typische Leben und Tod Team, also gegen die Waffe Leben und Tod und dann mit dem Arachnarschen Weber da drin. Und dann kommen ständig irgendwie Riesenspinnen, die man immer wieder besiegen muss. Das nervt sehr. Aber ist natürlich trotzdem ein Teil dieser Klasse und ziemlich gut. Gerade wenn man defensiv denkt und defensiv aufstellt, dann kann der Angreifer ziemlich an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht werden. Naja, weil diese Kämpfe dann einfach ewig dauern. Außerdem hat sie noch den Waldtalentbaum drin, der ziemlich gut ist, wegen der Wurzelfalle vor allen Dingen. Fessel den ersten Feind zu Beginn des Kampfes. Damit schafft man es, dass der Schädelschahn nullifiziert wird. Dann gibt es Aura der Natur. Einen Blättersturm kann man von Anfang an haben. In diesem besagten Team nimmt man aber lieber einen Dunkelsturm. Auch das kann man von Anfang an haben. Denn es ist eben auch der Schattentalentbaum drin, der eben auch seine Vorteile hat, wie zum Beispiel auch heimlich. Ja, und dann haben wir noch Moral da drin. Moral, wenn man auf den Anu-Orden verzichten will, gibt allen Verbündeten immerhin 15% Mana am Anfang des Kampfes. Das will man vielleicht lieber haben, als Vergifter einen zufälligen Feind und alle Elfen erhalten eine Magie und Attacke. Bei Level 100 kommt eigentlich nur eine Sache in Frage, nämlich das hier. 7% Chance, den letzten Feind zu ermorden, wenn ein Feind stirbt. Passiert halt sehr, sehr selten. 7% Chance ist nicht viel. Und ein Feind muss schon sterben. Ja, aber immerhin, das ist einigermaßen sinnvoll, dass alle Verbündeten Oskar einen Attacke erhalten. Ja, das eben nicht so. Prachtvoll Verwendung, erhalte zweimal Giebeilverwendung von Schmuck. Naja. Oder alle Nager erhalten eine Rüstung. Naja. Oder wenn man einen Bogen verwendet, dann das hier einstellen. Ich schätze mal, dass man das sehr selten macht. Ist das also nicht so wichtig. Ja, also so sieht das bei mir eingestellt aus. Und die Klasse Kugelweber solltet ihr also spielen, als jetzt Klassen-Event. Vielleicht sogar ein paar Edelsteine ausgeben, um noch ein paar Punkte mehr zu kaufen. Dann erspart man sich Klassenfarmen. Also Erfahrungspunkte für die Klasse sammeln durch viel Farmen, indem man sowas auch kaufen kann. Wer das möchte. Kugelweber auf jeden Fall eine gute Klasse. So, was haben wir denn noch? Wir haben am Freitag dann das Kopfgeld-Event. Kopfgeld-Event wird auf eine bestimmte Art und Weise gespielt. Man muss den Hauptmann mit im Team haben, um die maximale Belohnung erreichen zu können. Man sollte auch tatsächlich einige Edelsteine ausgeben. Denn man muss klar sagen, Kopfgeld-Event ist das beste Event, das beste Solo-Event zumindest, das man spielen kann, was die Belohnungen angeht. Also einige Edelsteine ausgeben. Man bekommt auch einige Edelsteine wieder zurück. Man kann aber eben auch, ich glaube, zwei Kammerschlüssel direkt bekommen. Man kann Diamanten sogar bekommen als Belohnung. Also es ist, wie gesagt, die besten Belohnungen in Solo-Events, die man bekommen kann, kriegt man durch das Kopfgeld-Event. Man muss nur wissen, wie man es spielt. Dazu habe ich aber natürlich ein Video angefertigt. Hier oben findet ihr einen Link dazu. Guckt euch das gerne mal an. Wenn ihr noch nicht wisst, wie Kopfgeld gespielt wird, es ist eine besondere Mechanik, die man verstehen sollte. Denn es geht darum, eben Punkte zu sammeln. Und manche Figuren machen eben mehr Punkte als andere und so weiter. Gut, das Kopfgeld-Event also nicht vergessen. Dann gibt es auch nach wie vor immer noch die neue mythische Einheit, die ziemlich gut ist, der Herr des Gemetzels. Und diese mythische Einheit, ich kann euch den Herrn ja mal zeigen, das ist jetzt hier der Herr des Gemetzels. Die gibt es noch bis Freitag früh um 8.59 Uhr, dann ist es vorbei. Und zwar in allen Truhen bis auf, das will ich mal zeigen, bis auf Goldschlüssel-Truhen und Event-Truhen, also Truhen, die ihr mit Event-Schlüsseln öffnen könnt. Ansonsten Edelsteinschlüssel ausgeben, Ruhmschlüssel ausgeben, Gildenschlüssel ausgeben, vielleicht Wipp-Schlüssel, falls ihr die habt, ausgeben, um den Herrn des Gemetzels zu bekommen. Das ist auf jeden Fall eine gute Einheit, die sehr heftig Schaden macht. Also den sollte man schon versuchen zu bekommen. Und nur diese Einheit gibt es, wenn man diese Schlüssel ausgibt. Für eine Woche lang, eben bis jetzt Freitag früh. Wenn ihr den schon einmal gefunden habt und ihr gebt weiter Schlüssel aus und ihr kriegt noch mal eine mythische, wird es das zweite Mal sein, dass ihr den Herrn des Gemetzels bekommt. Und das ist eigentlich nicht nötig, weil den braucht man nicht unbedingt zweimal. Deswegen, wenn ihr ihn einmal habt, spart eure Edelsteinschlüssel, Ruhmschlüssel und so weiter und wartet darauf, dass eben der Freitag vorbei ist. Und dann könnt ihr entweder jede andere Figur wieder per Zufall bekommen, jede andere mythische. Oder ihr wartet vier Wochen und gebt dann die Schlüssel aus für die nächste mythische, die ja immer am ersten Freitag jedes Monats ins Spiel kommt. So, habe ich noch was vergessen? Ne, ich glaube, ich bin durch. Wenn ihr noch Fragen habt, hinterlasst Kommentare. Im Reiter Info auf meinem YouTube-Kanal werde ich jetzt immer das Schedule geben, also ankündigen, wann ich streame und mit welchem Thema. Also guckt da ab und zu mal rein. Dann erfahrt ihr immer, wann der nächste Stream ist. Habt eine wunderbare Woche. Viel Spaß beim Kopfgeld-Event. Das ist echt sinnvoll, das zu spielen. Viel Spaß beim Turm der Verdammnis. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, nehmt Kontakt auf und ja, vergesst nicht das Liken. Bis zum nächsten Mal. Euer Fando wünscht euch eine schöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.